Hallo, hier ist Hans-Georg Pantschak. Ich bin die deutsche Stimme von Luke Skywalker und ihr hört jetzt der nerdige Podcast von Nerdizismus. Viel Spaß! Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute mal mit einer ganz, 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 ganz kurzen Ausgabe, denn gestern war es soweit, der neue Star Wars Episode 9 Trailer ist online gegangen im Zuge der Star Wars Celebration und ich, Chris und mein Nerdizist Michael, den ich hier an dieser Stelle begrüße, Wir wollen euch mal ganz kurz so sagen, was wir davon halten und ob wir jetzt gehypt sind oder nicht. Michael, hallo, bist du gehypt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, mit diesem Titel hätte ich nicht gerechnet. Also er ist ja schon ein interessant gewählter Titel, vor allen Dingen ohne einen Artikel davor und es sieht durchaus spannend aus und es sieht wieder nach J.J. Abrams aus. Was meinst du jetzt? Du meinst, dass vor Skywalker kein Artikel ist? Genau, genau. Kein The Skywalker oder irgendwas anderes, sondern The Rise of Skywalker. Was immer das auch. Ich meine, wir haben ja noch keine deutsche Übersetzung für das Ganze. Wie ist es der Aufstieg von Skywalker? Jetzt wird zurückgeballert. Jetzt wird zurückgeballert. Ich habe keinen Plan. Ne, ich bin gehypt. Ich bin positiv gehypt. Nicht so gehypt, wie ich bei anderen Sachen gerade wie bei Game of Thrones oder so bin, aber ich bin positiv gehypt. Was stimmt dich denn so positiv? Die ganze Atmosphäre. Also da geht auch wieder das Thema J.J. Abrams mit rein. Der Typ kann ja anteasern. Der hat ja die berühmte Mystery Box für sich erfunden. Einfach alles in irgendwelche Mysterien zu verschleiern, alles kryptisch zu machen, dass man gespannt ist auf mehr und das zeigt dieser Trailer. Der ganze Aufbau am Anfang, wie Ray da steht in dieser Wüstenumgebung, was immer es auch für ein Wüstenplanet ist und dann das ganze anteasern. Wir sehen quasi jeden aus den letzten drei, zwei Filmen. Und auch, dass diese Lache am Ende. Nur so ein Teaser kann von J.J. Abrams kommen. Sag ich einfach. Nur er kriegt sowas hin, das so mysteriös aufzubauen, dass man gehypt ist. Also ich muss gestehen, wie der Erwarten, bin ich auch etwas vorsichtig gehypt. Ja. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht in Rage rette für Episode 8 wieder. Aber ich bin gehypt. Du hast mir den Hype ein bisschen wieder kaputt gemacht, weil ich war durchaus wegen der Palpatine-Lache am Ende gehypt. Und ich so, wow, okay, gehen sie vielleicht doch. Ich meine, es soll ja auch angeblich Admiral Thrawn drin vorkommen und sowas. Ach nee, das war in Rebels. Nee, vergiss es. Ja. Ist der nicht schon wieder in Rebels draufgegangen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich hatte gerade nur die Info im Kopf, sie holen ihn wieder raus. Aber das war ja schon gewesen, das war ja schon in Rebels. Aber es gibt ja auch im Expanded Universe gibt es ja auch eben die Geschichte, dass der Imperator wiederkommt mit Klonen. Und sie haben es ja bei Battlefront 2, haben sie es ja auch in die Singleplayer-Kampagne eingebaut. Ja. Und von daher, why not? Ist Battlefront offizieller Kanon oder ist Battlefront 2 irgendwie nur so? Ja, doch, doch, doch. Und zwar, also andersrum. Das weiß ich jetzt nicht offiziell. Aber, aber es gibt eine kleine Nebenmission, da muss man als Luke einen Kompass besorgen. Und diesen Kompass siehst du in Episode 8 in seiner Hütte liegen. Okay. Das macht mich dann eben durchaus so etwas neugierig darauf, ob man vielleicht das doch irgendwie so ein bisschen wieder aufgreift. Eine Sache hat mich verwundert, wo kommt das Lichtschwert her? Das ist doch kaputt gegangen, dachte ich. Ja, aber wir werden, soweit ich gehört habe, ja einen beträchtigten Zeitsprung in Episode 9 haben. Also es wird nicht zwei Tage vergangen sein oder es wird nicht ein paar Stunden, wie es jetzt bei Episode 8 war, da drin sein. Es wird schon, ich weiß nicht, ob es Jahre sind, aber ein paar Monate sind sicherlich einhergegangen. Und Rey hatte ja eine ganze Zeit lang Gelegenheit, sich die ganzen Jedi-Dokumente von Luke durchzuschauen. Also baut sie sich dann wahrscheinlich ein neues, okay. Ja, ich meine, hat ja bisher jeder andere auch gemacht. Von daher ist das nicht auch Teil der Ausbildung eines Jedi, dass er sich sein eigenes Schwert baut. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja bei Return of the Jedi, gibt es ja eine Deleted Scene, wo man sieht, wie Luke sich das neue Lichtschwert baut. Genau, vor allen Dingen jetzt auch aus dem Grund, klar nimmt sie dann auch als Basis sein als Lichtschwert, wahrscheinlich um ihn zu ehren. Und weil der Kristall da drin ist. Ich freue mich, dass Billy Dee Williams endlich mal wieder einen Job gekriegt hat. Er hat sich ja in den letzten Jahren so angeschmissen, dass sie ihn dann endlich erhört haben. Gleichzeitig denke ich mir aber, warum hat man ihn dann nicht dann schon in Episode 8 als Codebreaker wieder reingeholt? Das wäre doch eine schöne Rolle gewesen, weil die war so mit Benicio del Toro komplett unsinnig. Aber wenn das Lando gewesen wäre, als der sich der Codebreaker entpuppt hätte, why not? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also deshalb sage ich es wieder typisch J.J. Abrams, der kann viel verwursten, was es schon mal gab. Und der ist echt gut da drin im Remixen. Im Remixen, ja. Und das hat ja, ich meine, so viel man über Force Awakens diskutieren kann, ich fand es ein gutes Remake vom ersten Star Wars. Ähm, von New Hope. Und mehr war es am Ende auch nicht. Ich hoffe nur, weil, ich betone es weiterhin, Episode 8 finde ich super Film, der geht eigene Wege. Für mich top Ding. Mittlerweile sogar eine, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm im Star Wars Universum. Ja, schlag mich tot. Ähm, aber er ist eigene Wege gegangen und dafür feiere ich ihn. Ich weiß nicht, ob die Rückkehr zu Abrams dann vielleicht nicht ein kleiner Rückschritt ist, weil, komm, wir sehen den alten Todesstern und wir hören die Lache von Palpatine. Ja, ich meine, es kann auch irgendein altes Holo-Video sein, was sie sich angucken. Oder es ist einfach nur, wie du im Chat geschrieben hast, ein Teaser ohne Payoff. Genau, ein Teaser ohne Payoff. Interessanterweise wurde das ganze Thema mit dem Todesstern ja schon in Konzeptart, äh, Konzeptzeichnungen für Force Awakens verwurstet. Da sieht man unter Wasser den Thronraum vom Imperator im Todesstern, wo Rey da durchtaucht. Also, das ist nicht ganz fremd. Der hat schon seinen Plan für die Trilogie scheinbar gehabt. Gut, hoffen wir es mal. Ich bin, wie gesagt, latent interessiert, gehypt. Ich meine, es war auch wieder interessant zu sehen, dass natürlich jetzt schon wieder die Diskussionen losgehen. Gefällt dir der Trailer? Bist du ein, ja, bist du ein Star, kein echter Star Wars Fan? Gefällt dir der Trailer nicht? Bist du kein echter Star Wars Fan? Ich hab's von einer, ähm, uns folgenden und wie auch zurückfolgenden, ähm, Bloggerin der Nerdfee, die hat das ganz, äh, treffend auf den Punkt gebracht. Hm, jetzt werde ich wieder von allen, äh, mega Star Wars Fans angehatet, weil sie halt eben schrieb, dass sie jetzt nicht so gehypt ist. Habe ich wohl 31 Jahre lang irgendwas falsch gemacht, bin dann wohl doch kein Star Wars Fan. Gucken, ja, fand ich, fand ich ganz passend, ähm, bin ich mal, bin ich mal gespannt, wie die ganze Sache raus, äh, wie, wie es rausgeht. Ich bin gespannt, was für Material sie halt noch von Carrie Fisher hatten, ja, inwiefern man das reinbringt. Oder ob sie sie halt auch digital zum Leben erweckt, ach nee, das, das wollten sie extra nicht. Nee, das werden sie definitiv nicht machen. Genau, richtig, genau, das, das, das wollten sie ja nicht machen, genau. Gut, dann werden sie vielleicht noch ein Stand-in haben und sie halt von hinten zeigen oder sowas, wie man das früher gemacht hat. Hm, also, ich bin latent gehypt, noch nicht völlig, ich warte nochmal den ersten Trailer ab. Ich weiß, am Ende des Tages kann ich die Pressevorführung nicht erwarten und bin sowas von ratzefatze da gehypt, wenn ich da ins Kino gehe. Das weiß ich, ja, ähm, ich hoffe auch nur, dass, ich bin auch nicht aus Episode 8 enttäuscht raus. Die Enttäuschung kam so beim zweiten, dritten Mal gucken, das wurde dann irgendwie nicht so, so besser. Aber egal, da gibt's einen anderen Cast für, da könnt ihr reinhören. Ich bin gehypt, du bist ein bisschen mehr gehypt, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Jetzt gehen wir aber erst mal in Endgame. Ja, genau. Wir dürfen eine Sache übrigens nicht vergessen hier. Hm? Wir sind ja vor, naja, wie viele Jahren, Ende 2015 war das, oder Ende 2014 gestartet mit einem Cast zum ersten Force Awakens Trailer. Dafür halten wir es jetzt diesmal ziemlich kurz. Dafür haben wir, da haben wir noch Traineranalysen gemacht. Ja, genau, da haben wir Traineranalysen gemacht. Da waren wir auch noch ein paar mehr und ein paar schlechtere Tonqualitäten unterwegs. Soweit ist es schon gekommen, uns den Spaß in der Traileranalyse rausgehauen. Nein, der Hauptgrund ist es 22.36 Uhr, ich bin jetzt müde. Genau, genau, alles gut, alles gut. Und ich meine, man kann sich ja diverse Artikel im Netz durchlesen und so weiter und sich seine eigene Meinung machen. Genau, so sieht's aus. So sehr vertrauen wir euch Fans schon. Genau, wir freuen uns grundsätzlich drauf. Wie gesagt, ich freue mich auf Billy Dee Williams, das werden alle wieder dabei sein. Von daher, es gab auch jetzt nicht so viel in diesen einen Szenen da zu analysieren. Klar, das größte Elefant im Raum ist der Todessternüberrest, der da rumliegt. Aber dann wird's halt Javin 4 sein oder Endor, whatever. Ganz ehrlich, ist mir heute auch wurscht. Ihr habt mich schon über Star Trek Discovery aufgeregt. Jetzt rege ich mich darüber nach auf. Ich bin latent gehypt. In diesem Sinne, ein kleiner Nerdizismus Short Track für euch und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.